Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind ziemlich weit schon in den Urwerkshallen. Kommen wir aber leider nicht zum Portal, weil da Xalaba im Weg steht mit seiner kleinen Armee. Und uns bittet einen Stamm vorwärts, was wir ja machen können. Wir müssen sogar nicht mal mehr hier durch die doofe Halle der Toten, sondern können einfach außen rum. Und hier oben raus. Wir können sogar hier schon lang. Und ja, dann müssen wir erstmal hier hinkommen, weil hier müssen wir aufmachen. Und ja, was haben wir noch an Münzen? Eine Wassermünze, zwei Erdmünze. Wir haben immer noch den Lava-Rubin. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Auf dem Weg. Okay, hier mal da lang. Hier ist auch offen praktischerweise. Wenn wir mal kurz hier hingucken, ob hier auch aufgegangen ist mittlerweile. Was da unten ist. An alles kann ich mich nämlich nicht mehr wirklich erinnern. Alles ist gut, an vieles kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Aber nee, hier ist noch geschlossen. Kann aber ganz leicht den Seelenfels benutzen, um mich gleich hinzubauen. Okay, praktisch. Okay. 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 Und ja, hier ist eine Schatzkammer auf jeden Fall. Schachtbettraum, Steinkrippe, Spinnengrube, da bin ich hier. Ja, Salabas Stein einsetzen und das Tor öffnet sich. Zu euren Diensten. Stehe bereit. Verstanden. Hm. So, hier drin gibt's Gegner scheinbar. Oh, Minotaurin. Hm. Also ja, wir holen uns mal das Portal hier. Oh, mein lieber Kämpfen. Die Rune ruft. Auf mein Kommando. Folgt mir. Also Minotaurin, die nicht stark sein sollten. Schnell. Aber das sollte ich nicht so laut posauen. Bereit. In die Schlacht. Schlacht sie zurück! Was? Um hier hin, um da hin. Sie sind überall! Schließ die Reihen! Zu Befehl! Unverzüglich! Ja, vorwärts! Okay. Nein, sie sind nicht wirklich stark. Und los! Auf mein Kommando. Und los! Portal im Labyrinth. Ja. Okay. Bringen wir es zu Ende. Schlagt sie zurück! Auf mein Kommando. Wir nach. Und los! Vorwärts! Vorwärts! Das heißt, wir müssen wohl durch Portale durch, was das Ganze etwas... ...unschöner macht. Nee. Und ja, ich sehe schon sehr viele Truhen hier oben. Bereit! Vorwärts! Vorwärts! Bereit! Vorwärts! Vorwärts! ja vorwärts folgt mir noch ein portal im labyrinth zum angriff schließt die reihen feindlicher angriff schlagt sie zurück schließt die reihe ein kommand für die rune kaputt machen ok umtaugt wirklich hauptsächlich was als tank auch da ist ein portal ja vorwärts was ist hier schnell schnell in die schlacht wo bin ich als erstes war das portal hier schlagt sie zurück zu euren zeit zu sterben ok die hauen doch ganz schön rein zurück mit euch die ruhe sofort ausgeführt auf dem weg da sieht aus wie ein order dem neuen tauren rauskommt können Achtung zurück mit euch zeit zu sterben bis jetzt leuchtet auch noch keins der gesichter okay zurück mit euch schließt mal lieber so aus als ob ich berserk benutzen sollte vorsicht jetzt die frage gibt es hier ein tweaker oder was öffnet den steintor das steintor nichts hier jedenfalls wahrscheinlich eher du oder ein sammler gott zurück mit euch kämpft zeit zu sterben vorsicht zeit zu sterben also der kat zu hauen ich kann mich aber heilen verteidigt euch zeit zu sterben zurück mit euch oder sogar zeugt dabei eine erdmütze zum beispiel okay da sollten wir alles hier abgrasen was nur geht so was sagt der man hier in den stein sind elf wörter eingemeißelt leise ist die schrift derart verwittert dass nur noch wenige buchstaben lesbar sind die ersten vier worte die restlichen sieben worte sind ganz unlesbar das hier geht immer noch nicht auf das hier geht immer noch nicht auf das hier geht immer noch Ja, das war jetzt etwas knapp. Gucken wir mal, wovor führt uns das Portal hin. Hinter das Tor, das bringt uns jetzt auch was, genau. Vorsicht! 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 Okay, der Berserk kann hier mal wieder. Achtung! Mit Berserk kriege ich zwei von denen locker tot. Ja! Achtung! Achtung! Achtung!